Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Halterungen Ihrer Aufsatzvitrine montieren können. Befestigen Sie an allen drei Seiten die Halter mit den mitgelieferten Schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020 Richten Sie diese so aus, dass diese auf den Rand der Poes passen. Setzen Sie dann die Aufsatzvitrine auf. Untertitelung des ZDF, 2020